Hallo und Willkommen zu einer neuen Runde Halter 2. Gleich kommen hier die ersten Gegner raus. Ich weiß, ich habe nur einen Schuss, aber ich möchte hier eine treffen. Oh, da ist das. So. Komm. Sesam öppsel dich. Genau. Ich bin nicht zu sehr. Da. Ah. Erstmal heilen. Erstmal heilen. Ich bin nicht so laut oder so. So. Letztes Mal. Ich bin auch hier abgestürzt. Doch, weil es wird nicht ab. Oha, natürlich. Ja, klar. Das war letztes Mal auch. Nein, jetzt muss ich von hier anfangen. Na toll. Ich habe hier unten links FPS Anzeige, aber ich glaube, ihr seht ihr nicht. Und mir fällt auch, ich habe nicht die fallen FPS Anzeige, die ich hätte haben können und so. Weil ich mittlerweile haben muss. Und ich sterbe wieder. Warum sterbe ich bitte? Warum? Warum? Letzt Mal aufhören. So. Das mache ich mal richtig. Ich habe 40 FPS, 50 FPS. Was für die, ist 60 FPS. Also eigentlich noch genau. Egal. Klappt schon. Klappt schon. Da ist es hier nicht so gut da Ah, da Verlag Sicherheitsweise noch einen rein, ich bin mir etwas dagegen. Oh da kommt noch mehr! Ich muss die Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall weiter runter machen. Jetzt treffe ich hier rein? Ja habe ich. Gut, einfach durch. Best Heilung, das ist schon mal gut. Ladezeit, ist eure Lieblingszeit. Und, und, 3, 2, 1, los! Ha! Muss definitiv etwas ein- und umstellen, weil es läuft nicht so flüssig. Wahrscheinlich sah es im Video flüssiger aus, aber... Okay. Oh! Waaaah! 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 Gräusper! ขente! Kommen nicht umkreisen! Rakete, was machst du? Ja, Entschuldigung, das war nicht mit Absicht Komm Rakete, komm doch an Keine Heilung, nur hier drin Komm Warte, ich muss hier kurz runterspringen Hier war Heilung Eins aber egal Jetzt soll ich auch noch Combines, nach Gold Nur 30 FPS, ey Lass mich durch, du scheiß Vieh Achtung Soll ich überhaupt hin? Ah, jetzt ist der Raketenkiste Verdammt Nicht umkreisen Rakete, was machst du? Fertig, Fertig, Fertig Gut Wieder umkreisen Mh Das ist der Raketenkiste Das ist der Raketenkiste Das ist der Raketenkiste Sauber Werde ich noch da angeschrieben Komm Leute Na toll Beide sterben gleichzeit Na jetzt muss ich mal neu anfangen Mh Leiter stirbst, Kollege Doch nicht Ah, hier war Heilung Aua Verarschen Komm, stirb Fertig Warte nicht da Schön Ach, kaputt Gut Boah, die Rakete, was macht die? Ach wisst ihr was? Ich beende ja hier die Folge Weil irgendwie läuft das so unflüssig Und es ruckelt Und Muss ich noch was machen Einstellen Weil wenn es so ruckelig läuft Dann kann ich unmöglich gewinnen Ich hoffe mal, dass es trotzdem euch gefallen hat Und Könnt gerne einen Daumen nach oben geben Und Abo dalassen, wenn ihr wischtet Wie gesagt Wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal Bis dahin Tschau Einen